Stunde TV mit Bavarian Race Tischtennis im Wilhelmsdorf. Der zweite Tag heute der Ostersonntag der 15. April 2017. Runde 1 im ersten Terminier im Bild Christopher Bedell. Einer der Top-Favoriten. Der Kühler ... Im ersten Terminier ... Welcher ist die Flintstones an? 17,80 ... 17,80 ... Vielen Dank. 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 1-2-2. 1-2-2. 1-2. 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 1-3. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-3. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.